Willkommen zurück Leute zu einem neuen Dark Souls prepared to daianischen Part. Im letzten Part hatten wir einen epischen Kampf gegen den Siegendämon. Der obendrein auch noch sehr knapp war. Und ich habe jetzt... ...keine Estus mehr. Nope. Ja, was ist mit dir? Du stehst auf dem Präsentierteller. Du parierst mich? Nicht. Okay. Ich glaube, ich gehe jetzt mal lieber hier entlang. Du kannst nichts. Ah, hallo! Und du bist verrückt. Leutungssteine. Ja. Menschlichkeit. Heimkehrknochen. Hm. Prismasteine. Ja. Ja, Sorge. Aber ich brauche nichts. Ich brauche nichts. Ich wusste erst, dass da jemand steht. Ich habe nur noch Menschlichkeit zum Heilen, die ich aber nicht verbrauchen will. Ja. Oh, Gott. Oh, hi. Oh, hallo. Ich sage einfach mal ja. Was hast du so? Sturzkontrolle. Akustischer Köder. Ah, ja. Verringert die Dauer von Zaubern. Ah, ja. Verringert die Dauer von Zaubern. Ah, ja. Oh, das ist schlimm. Oh, das ist schlimm. Ich habe eine Maske. Oh, das Schmerkjönern. Das Schmerkjörnern. Oh, das ist schlimm. Oh, das ist schlimm. Oh, das ist co. Oh, das stimmt. Oh, das ist alles. Oh, ja. Oh, ja. Oh, das ist okay. Oh, ja. Oh, das ist doch gar nicht. Okay. I will. Don't worry. Bonfire! Aussteigen. Oh my god. 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 Dich mache ich lieber. Du bist kein Interesse für mich. Das war übrigens gerade eine fiese Kombo. Kommst du runter? Warum schlägst du auf einmal zu? Oh my god. Okay. Okay. So. Jetzt müssen wir die Abkürzung hier und gehen hier runter. Kann ich dich? Das könnte theoretisch. Yay. Na was liegt denn da hinten? Hm. Seele verlorener und Toter. Schlüssel zu den Tiefen benutzt. Oh ja. Oh ja. Das gibt es. Wow. So. Double Hit. Oh. Seele Soldat. Start. Ja so. Ich finde jetzt wird es schon langsam spannend mit der Challenge. Ohne Schild. Ohne Waffe. Hi. Du kommst. Das ist gut. Das tat weh. Ja. Das war knapp. Da ist noch einer. Was bist du? Achso. Du bist das Hundi. Oh oh. Hi. Du kommst jetzt nicht hoch oder? Ja da triffst du nicht. Und jetzt bist du unten. Idiot. ich hasse dich oh da bist du ja wieder ich weiß nicht ob er mich onehitten kann aber man kann ihn parieren das ist schon mal etwas und eine truhe mit große glute zerstörungs waren so hier geht es runter oder möchte ich ehrlich gesagt nicht runter sondern lieber hier hei große ratte so wow fliemann brücher kanal kammer schlüssel so ich treffe ich auch noch oder auch nicht ach ja die untiefen seelennamenloser soldat so da geht es runter da ist ein loch warum weißt du zurück vergift vergift ich treffe dich auch nicht zum lück habe ich jetzt was gegen vergiftung ja oh nein nein na kennt ihr ihn noch sie nicht nicht nein das ist nur die gleich die anderen Weg, anstatt den Weg durch die Ratten. Aber ich glaube, ich nehme jetzt mal den... Hi. Ähm, seid ihr aggro auf mich, weil ich den... euer Kumpel erledigt habe? Aus Versehen? Oh God. Außerdem, woher wollt ihr wissen, dass ich das war? Ihr habt keinen Beweis. Komm her. Und jetzt du. Ich habe euch nicht angegriffen. Um... Ernsthaft? Ich will dich nicht töten. Lass jetzt mal gut sein. Ich will dich nicht töten. Was willst du? Du hast Angst vor mir, also warum greifst du mich an? Du hast nicht sonderlich viel Leben. Warum? Hm? Ich will dich nicht. Nein. Ach komm. Nein, lass mich einfach. Ich will mit dir nicht kämpfen. Ernsthaft jetzt? Außerdem wäre das ein unehrenhafter Kampf. Das weißt du hoffentlich. Tschüss. Ich hoffe, sie verfolgt mich jetzt nicht. Überflieger. Menschlichkeit? Nö. Okay. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es wieder zurück zu den Untiefen. Nach einer kurzen ungeplanten Unterbrechung sagen wir es so. Die haben keine Beweise, dass ich ihren Kumpel gekillt habe und das war voll daneben. Die Untiefen. Du schlägst einmal, ich schlag einmal. Und gut ist. Ei. Ja. Okay. Keine Ahnung, wie ich das jetzt überlebt habe. Na, bist du auch noch? Du bekommst auch noch dein Fett weg. Bleibst du. Tschüss. Nächster. Sorry? Okay. Hoffentlich stürzt die PS3 jetzt nicht ab. Ah, passt's. So, und weiter. Du bist nicht für Romantik, mit Wann erzähl ich gerade. Okay, mehr hast du also nicht zu sagen. Hm? Achso. Okay, du kannst mich nicht one-hitten. Was war das für ein Move? Ohne Witz, was war das für ein Move? Den habe ich von dir noch nie gesehen. So, die Lady, lass ich mal in Ruhe. Ob ich durchrennen kann? Nö, kann ich glaube ich nicht, weil der Typ da oben im Weg ist. Ja, sehr schön. Alles klärchen. Aber ich versuch's trotzdem weiterhin. Boah, jetzt geht ihr mir auf den Sack. Tschüss. Jetzt geht ihr mir auf den Sack. Jetzt geht ihr mir auf den Sack. Tschüss. Ich versuch's. Tschüss. Du hast sie überlebt. Jetzt nicht mehr. So wird's gemacht. Und nicht anders. Ach ja, die habe ich komplett vergessen. Ciao. Okay. Weich nicht immer aus. Kommst du? Nein. So und nun zu dir wieder hübscher. Nein, nein, nein. Ne, nicht nochmal Würschchen. Backstep of Doom. Und zack. Das war die Lache. Das war die Schlisamtöffner. Das war die Schlisamt. Das war die Schlisamt. Das war die Schlisamt. Ist nicht euer Ernst. Treffen musst du auch mal lernen. Ok, mal schauen ob ich durch waschen kann. Das war ein komischer Winkel. Ok, durch waschen. Hier nicht. So, der Typ respawn zum Glück nicht. Wo kommt sie auf einmal her? Alter, wie lange wollt ihr mich? Wie lange die mich verfolgen? Ok, das wird in diesem Part wohl nichts mehr. Ja. Ich hoffe mal es hat euch gefallen und ich sage dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.